Der Schwarzköpfchen stammt aus Tansania und Kenia, wo er an Flussbetten lebt und ist auch unter dem Namen Personatus zu finden. Es hat ähnliche Eigenschaften wie andere Arten von Agaponis-Vögeln. Kielcorpor, Cursor Schnabel, bekannt für seine Geselligkeit und die Tendenz, eine Bindung zu seinen Besitzern aufzubauen. Sie sind lebhaft, neugierig und lieben es, mit Menschen zu interagieren. Normalerweise bevorzugen sie die Gesellschaft anderer Papageien derselben Art, daher wird empfohlen, sie paarweise zu halten. Sie ernähren sich abwechslungsreich und umfassen Papageienfutter, frisches Obst, Gemüse und Nahrungsergänzungsmittel. Um ihr allgemeines Wohlbefinden zu erhalten, ist eine ausgewogene Ernährung wichtig. Sie stammt ursprünglich aus Afrika und ihr natürlicher Lebensraum umfasst Trockengebiete. Die Behausung sollte ausreichend Platz zum Fliegen bieten und mit diversen Spielzeugen und Versteckmöglichkeiten ausgestattet sein. Außerdem ist es wichtig, genügend Zeit außerhalb des Hauses einzuplanen, damit sie sich frei bewegen können. Diese Art neigt auch dazu, sich in Gefangenschaft zu paaren und zu vermehren. Wenn sie paarweise gehalten werden, ist es möglich, dass sie anfangen zu nisten und Eier zu legen. Bei der Betreuung der Jungen arbeiten in der Regel beide Elternteile zusammen. Sie benötigen Aufmerksamkeit und Fürsorge von ihren Besitzern. Der Umgang mit ihnen, die regelmäßige Reinigung des Käfigs und die richtige Ernährung sind Schlüsselelemente für die Erhaltung ihrer Gesundheit und ihres Glücks. Weitere Informationen finden Sie auf der Website papago-park.com. Danke für Ihre Aufmerksamkeit!